ist ein toller kanal hier machte die videos die pokémon hat das können wir mal angucken das gar nicht schlecht guck mal ein paar videos vom warion an weg mal drauf so mein sohn alles gute zum geburtstag der marion papa bist du denn zufrieden bekomme ich gar kein kuchen habe ich nicht mehr geschafft aber freust du dich gar nicht über doch ich freue mich über die karte das sind pokémon die sind gerade sehr teuer die sind gerade sehr angesagt bei jungen leuten habe ich mir sagen okay ja dankeschön würdest du denn gar nicht deine karten aufmachen und gucken ob die wird werde ich meine ob die dir gefallen kann ich sonst nachher machen mach mal auf ich würde das lieber die pokémon karten habe ich ja die pokémon karten habe ich auch früher gesammelt früher als sie noch nicht als noch wertlos war als man sie noch nicht 100.000 euro für eine einzelne karte bekommen was das ist ja den einfach stehe ich nicht so ganz jetzt sind wir doch gerade alle hier macht doch auch möchte eigentlich jetzt nicht auch mach jetzt auch okay dann mache ich sonst jetzt ein paar und über dran denken schön vorsichtig auspacken und die letzten drei karten nach vorne das wichtig ja alles klar mal gucken ob wir ein bisschen was für unsere rente haben die ist aber schicken ist bestimmt nichts wert so wie die aus ja ich habe gerade schon nachgeguckt also da müssten wir sogar drauf sein dass uns die jemand abnimmt die sind komplett wert genug gesammelt machen wir weiter auf jetzt aber ich müsste doch eigentlich lernen gehen auf zu düsen aus die will eh nicht mal weiter auf jetzt ja okay dann mache ich sonst noch eins gibt es große geht zum pokémon booster karten setzt so wie die heißen bekommen die habe ich auch damals als kind habe ich schon gesagt aber ich habe diese kleinen packs ja die kenne ich die kann die kenne ich habe ich damals in der hand gekauft das ist wirklich aber ich habe damals damit ich habe damals gespielt ich habe sie nicht in eine vitrine gestellt und so und dann später für teuer geld verkauft das ist bei mir immer noch rammeligen kiste irgendwo aber dies doch schickt dies doch bestimmt gut oder aber das ist doch eine schicke kenne und harald die namen die das namen die der sicht der maus denkst die karte das ist auch immer herrnig die ist nichts wert naja aber jetzt mach weiter auf ich will das fette regenbogen pikachu sehen also noch mehr aufmachen ja wir machen auf bis sowas gutes gezogen hast natürlich ja dann mache ich jetzt weiter auf sie zu jetzt mal auf dem ist das denn gut was kostet die siegeln ja gut dies wenigstens bisschen was die glitzert also sowas wert ja nicht zu erkennen kann ich denn jetzt gehen da bist du nicht ganz dicht oder wieso was ist denn los wir hatten ja auch extra hüllen geschenkt dazu kann sie doch nicht so auf den tisch vor ihr packt ihr in der hülle melde ach so entschuldigung und krabbeln mit dein ekel phone da nicht so aufs bild hey gott noch mal so kennt aber keine zeit verlieren weiter aufmachen okay alles klar so jetzt will ich mal so langsam was sehen worüber du dich freust ist das klar ich freue mich über die karten ich will damit spielen spielen bist du nicht ganz dicht oder die kommen in der hülle der toploader und dann werden sie in der vitrine eingeschlossen was denkst du denn und dann ich kann doch gar nicht damit spielen dann ja und dann hoffen wir mal dass die teile in ein paar jahren was wert sind aber ist das wirklich der sinn der kam der sinn ist dass wir beide für unsere rente vorgesorgt haben sag mal spreche ich hier mit einer wand die eine brille trägt oder war ja aber bei dir scheint der zog ja abgefahren zu sein von dir kriegen wir keine rente weil ich finde ich werden ja auch immer das erste liebte muss ja auch noch jetzt noch so ein kompliziertes system in denen dann auch noch gewertet werden wo dann auch irgendwie ist dann halt auch die eine lura karte mehr wert als die andere weil es hat irgendwie im bestimmten das ist muss halt auch nicht heißen wenn du einen top eine karte im top zustand hast dann muss ja auch nicht heißen dass die das ist für den unterschiedlich noch bewertet und so das ist echt ja ich verstehe da verstehe erinnern diese trends ja wir machen jetzt jetzt sie mal ein paar gute dinge hier so langsam ist aber auch mal was wertvolles kam hier das ist doch bestimmt nicht gut oder so wäre das aber nichts hier haben wir so wenig pecklack haben meine fresse kann ich jetzt vielleicht nein du kannst jetzt nicht gehen weißt du was du jetzt machst du gehst jetzt los und holst neue und denkst darüber nach was dir einfach hier so mitzuziehen für wen hältst du dich mit ihm mit seinem weg ist jetzt was der für ein pecklack hat das ist das ist typischer youtube-trend das ist so verläuft ja jeder youtube-trend das ist ich habe ich habe noch nie youtube-trends verstanden ich glaube aber was habe ich denn falsch gemacht beziehungsweise das trans nein sie zu jetzt ich mache die restlichen karten und wenn er jetzt kein fettes rainbow pikachu bei ist dann hast du den rest des jahres hausarrest ist das klar ich kann doch da wirklich nichts für jetzt los bengel sie zu viel spaß mein kind pass auf dich auf und besorgt mir noch einen kuchen von der tanke bist du nicht ganz dicht oder was diese hin und her switches sind auch immer sehr gut dieses halt kann man wirklich mal vorbeischauen aber da lassen da bin ich nach oben ja es wirklich mal habe ist bei mir schon länger eine abo liste der box der macht echt ganz gute videos ja